Na alle zusammen, ich hier ist wieder Deutscherla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Achievement auf Mechagon und zwar finden wir das einmal unter Sammlung und dann Spielzeuge. Das Achievement heißt im Sammelfieber und für dieses müssen wir einen Haufen Azeroth Minis der Mechagon Serie sammeln. Und wie wir das bekommen, will ich euch mal zeigen. Als allererstes brauchen wir dafür ein Toy, das wir uns spielen müssen. Und zwar schimpft sich dieses Toy Azeroth Minis der Mechagon Serie und das bekommen wir durch eine Daily. Und diese Daily haben wir hier bei dem netten Gnom hier auf den Koordinaten 70, 32. Die war heute schon ab, ich habe sie gerade schon absolviert. Die heißt Spielzeuge wie wir und wenn ihr die das erste Mal abschließt, bekommen wir quasi dieses Toy und ein Starterpaket. Es gibt nämlich insgesamt hier drei verschiedene Arten von Kisten und diese drei Arten von Kisten können diese ganzen Azeroth Minis beinhalten. Wir können uns das jetzt mal hier angucken. Und zwar gibt es einmal Azeroth Mini Starterpaket, das bekommen wir über diese Daily. Dann haben wir ein Azeroth Mini Paket Mechagon. Mechagon, das droppt von den mechanisierten Kisten, die hier im ganzen Gebiet rumstehen. Und dann haben wir noch Azeroth Mini Bondos Yard. Und das können wir unter anderem von der Recycle Kiste bekommen, beziehungsweise noch aus anderen Quellen. Ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, wo wir das überall herbekommen, beziehungsweise hier oben haben wir noch zwei andere Quellen. Und zwar von Bondos Yard haben wir quasi noch die Quelle vom Affenboss, beziehungsweise die Mechanisierte, also die Azeroth Mini Mechagon haben wir dann noch vom Wiederherstellungsturm. Und wo sich diese ganzen Sachen befinden, will ich euch jetzt mal zeigen und wie das dann genau funktioniert. Heißt, wir haben so eine mechanisierte Kiste. Diese Kiste könnt ihr mit einem Char wöchentlich quasi aufmachen und bekommt dann zu 100% eine von diesen Paketen raus. Sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr zwar random anscheinend auch noch welche rausbekommen, aber zu einer sehr, 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 sehr geringen Chance. Also eigentlich ist das eine Weekly Farm Geschichte. Dann könnt ihr hier die ganzen Mobs umklopfen und bekommt quasi irgendwann eine Quest, dass ihr hier bei diesen Geräten wiederherstellen könnt. Das habe ich jetzt mit dem Chart tatsächlich noch gar nicht gemacht. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das eigentlich immer wieder abgeben und bekommt da so Kisten. Und da könnt ihr auch ein Paket rausbekommen. Dann das nächste, was wir haben, ist dann der Wiederherstellungs- oder Rückgewinnungsturm. Und wenn ihr das abschließt, könnt ihr ja quasi auch einmal täglich machen, dann könnt ihr auch eine von diesen Paketen rausbekommen. Und das letzte, was wir haben, ist dann dementsprechend der Affe. Den haben wir nämlich da hinten einmal stehen und da bekommen wir dann dementsprechend auch nochmal ein Paket raus. Und klar, von der Daily, da kriegen wir auch immer dieses Starter-Paket zu 100% raus. Ich würde euch empfehlen, diese Sachen täglich einmal mit dem Chart zu machen, dann auf dem nächsten Chart zu switchen, so lange, bis ihr die Pakete zusammen habt. Es kommen nicht alle von diesen Vorlagen aus allen Paketen raus. Und zwar gibt es hier eine ganz schöne Zusammenfassung, wo man was rausbekommt. Zum Beispiel haben wir hier Itzira, bekommen wir nur aus dem Starter-Paket raus. Das, wie gesagt, hat man ja von der Daily bekommen. Die Daily könnt ihr auch mit jedem Chart machen. Das Achievement ist nämlich Battle.net Account gebunden. Heißt, ich kann mit dem ersten Chart das holen, mit dem zweiten Chart das, mit dem dritten Chart das holen. Also, wenn ihr viele Chars habt, ist das von Vorteil. Für die Daily müsst ihr hierher gequestet haben. Für das Kisten öffnen, wo man die meisten Sachen rauskriegen kann, ist es so, dass ihr nicht herquesten müsst. Da könnt ihr einfach herfliegen und habt dann zwar die Problematik, dass die Kisten nicht auf der Karte angezeigt werden, aber ihr könnt sie trotzdem öffnen, müsst ihr halt selber mit euren Augen ein bisschen weiter öffnen und sie suchen und nicht euch auf die Minimap verlassen. Dann den Bot, den können wir hier auch über das Starter-Paket bekommen. Dann den Overspark, den kriegen wir sowohl über das Starter-Paket als auch über das Mechagon-Paket. Dann Gaslow können wir über das Starter-Paket und über Bondos Yard bekommen. Erasmen, Erasmen kriegen wir auch über das Starter-Paket nur. Dann Bondo, Big Block bekommen wir sowohl über das Starter-Paket als auch über Bondos Yard. Dann Kork kriegen wir über das Starter-Paket und Bondos Yard. Roadtruck bekommen wir nur über Bondos Yard. Dann Naeno bekommen wir über Bondos Yard. Blastron bekommen wir über die Mechagon-Kiste. Dann Coxtar bekommen wir quasi über die Mechagon-Kiste. HK8, das ist glaube ich im Deutschen, hat das eine andere Abkürzung, über die Mechagon-Kiste. Den König Mechagon, das war der letzte, der mir gefehlt hat, den bekommen wir auch über die Mechagon-Kiste. Und hier Sharpthroat bekommen wir nur dementsprechend über eine Quest. Und zwar brauchen wir da einen Exalted Roof, also einen erfüllten Roof bei Mechagon. Genau, das waren soweit die ganzen Pakete. Mir hatten als letztes noch die Kisten gefehlt. Deswegen habe ich da mit Chars so lange durchgelockt, bis ich alle zusammen hatte. Wichtig vielleicht für euch zu wissen, wenn euch das Starter-Paket noch fehlt oder einzelne Dinger vom Starter-Paket, dann müsst ihr leider eure Chars hierhin questen. Denn die Daily ist jetzt nicht so oft und dementsprechend müsstet ihr halt gucken, dass ihr dementsprechend, ja, 3, 4, 5, ich hatte sogar mehr Chars hierher gequestet, bis ich halt mit dem Starter-Paket dementsprechend meine ganzen Teile hatte. Aber ihr habt ja gesehen, es droppen einige aus dem Starter-Paket und auch aus anderen Kisten raus. Genau, das war soweit, was ich euch zu dem Achievement sagen konnte. Wie gesagt, die Twinks sind von Vorteil. Und ja, dann wünsche ich euch viel Glück, drücke euch die Daumen, dass ihr den einen oder anderen Drop ein bisschen schneller als ich bekommt. Und damit verabschiede ich mich. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.